so ich entdecke was von hier aus und zwar ist wieder so ein plateau ja das muss ich noch mal sagen für die zuschauer da oben da oben ist also mal gucken habe ich die reichweise da ist anska mit dem ich ursprünglich her gekommen bin und er mir den geheimen zugang zu diesem tempel gezeigt hat da musste tatsächlich da ist blutfliege runter und dann kommst du von da sozusagen hier oben rein ja